Wie ist der GNTM-Dreh für Lieselotte Reznitschek wirklich? Die Berlinerin nimmt in diesem Jahr an der 17. Staffel von Heidi Klumms Castingshow teil und schreibt dabei Geschichte. Mit ihren 67 Jahren ist sie nämlich eine der ältesten Kandidatinnen seit Beginn des Formats. Mit ihrer humorvollen und bodenständigen Art erkämpft sie sich einen Platz in den Herzen von zahlreichen Zuschauern und der Chefjurorin. Letztendlich schafft sie es im Halbfinale sogar bis auf den sechsten Platz. Aber wie blickt die Powerfrau jetzt auf die Zeit am Set zurück? Mit Promiflash spricht Lieselotte über ihre Erfahrungen bei GNTM. Der Ablauf vor Ort und die große Crew überraschen sie nicht. Die Dreharbeiten waren schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war ja noch nie bei einer Reality-Show, aber ich wusste vorher, dass da immer Kameras laufen. Die ständige Beobachtung macht der pensionierten Lehrerin aber nicht zu schaffen. Immerhin steht sie schon in jungen Jahren im Rampenlicht. In der DDR feiert die Musikerin damals mit ihrer Band Mona Lisa große Erfolge. Allerdings übermannen Lieselotte am GNTM-Set trotzdem oft ihre Emotionen. Ich war sehr dünnhäutig in der Zeit. Ich habe viel geweint, aber eher aus Freude. Der Adrenalinspiegel ist da so hoch. Ich habe auch aus Mitleid geweint, wenn ein Mädchen gehen musste, das ich mochte. Aber auch, wenn ich mich über mich geärgert habe, habe ich geweint. Wenn Heidi mit mir geschimpft hat. Apropos Heidi. Mit der Model-Mama versteht sich Lieselotte in den Folgen augenscheinlich besonders gut. Aber ist das auch am Set so? Tatsächlich sprechen die Kandidatin und die Chefjurorin kein einziges Mal abseits der Produktion. Da waren immer Kameras, also haben wir nie unter vier Augen gesprochen. Aber ich habe diese Schwingungen gespürt. Das war wirklich verrückt. So von Frau zu Frau. Das war einfach ein unsichtbarer Draht. Dass die Chefjurorin das Best-Ager-Model aber Woche für Woche weiterlässt, kommt nicht bei allen Zuschauern gut an. Einige GNTM-Fans üben während der Ausstrahlung nämlich scharfe Kritik an Lieselotte und ihrer Leistung. Und diese Stichelein lassen die sechs Platzierte nicht ganz kalt. Immer wenn eine junge Kandidatin gegangen ist, hieß es, und die ist immer noch drin, das war anstrengend. Aber ich darf das nicht zu überbewerten. Wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt und bei so einem Format mitmacht, muss man damit klarkommen. Und ich habe mich natürlich gelegentlich auch selten dämlich angestellt. Aber es muss ja auch nicht jedem gefallen, wie ich bin. Die Laufstegsschönheit macht aus der Situation trotzdem das Beste. Und klar ist, Lieselotte macht bei GNTM auch allerhand schöne Erfahrungen, die sie garantiert noch viele Jahre in Erinnerung behält. Und jetzt kommt das Beste. Bis zum nächsten Mal.